Die Wohnung befindet sich in Kassel. Die Immobilie wurde 1900 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über eine Einbauküche. Das Objekt befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnfläche des Zimmers liegt bei ca. 17 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 410 Euro. Wohntraumimmobilien steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.